Apple stellt den iPod Shuffle und Nano ein. In Zeiten von Smartphones und nicht zuletzt Apple Music keine verwunderliche Sache. Trotzdem bin ich heute Morgen auf mein Fahrrad gestiegen, um noch einen iPod Shuffle zu kaufen. Jetzt liegt er vor mir. Der erste Hamsterkauf meines Lebens. Der iPod Shuffle war schon immer mein Liebling, wenn es darum ging, Sport zu machen. Durch sein einfaches Interface, die Größe und den guten Sound durch die, auch wenn man mich dafür steinigen wird, Earpods, begleitet er mich schon so einige Runde auf dem Sportplatz oder Schwimmbad. Ja, auch auf dem Schwimmbad. Dafür hatte ich mir damals extra ein wasserdichtes Case gekauft, in das der iPod gesteckt wurde. Die dazugehörigen Kopfhörer klangen schrecklich, aber sie machten das Bahnziehen spannender. Über ein Klinkenkabel wird der iPod Shuffle geladen. Auf das sollte man auch gut aufpassen. Wenn es verloren geht, ist man das Geld für einen halben neuen iPod Shuffle los. Wie bei allem von Apple ist der Nutzer auf iTunes angewiesen. Mit jenem muss der iPod verbunden werden, um zum Beispiel Musik auf den MP3-Player zu kopieren. MP3-Dateien gibt es beispielsweise bei Amazon. Diese lassen sich einfach per Drag & Drop mit oder ohne Playlist auf den iPod schieben. Der Power-Button des iPod Shuffles kennt drei Positionen. Aus, in Reihenfolge abspielen und Shuffle. Und hier muss ich eingestehen, ich mag die Shuffle-Funktion nicht. Nein, dafür habe ich keinen meiner iPod Shuffles gekauft. Über geschickte Platzierungen oder separate Playlists habe ich stets genau das als erstes gehört, was ich wollte. Zum Thema Akkulaufzeit kann ich sagen, dass ich diese noch nie ausgereizt habe. Außer ich habe mal vergessen, den Power-Button auf Off zu stellen. Und das kommt auch heute noch vor. Mein einzig wirklicher Kritikpunkt am iPod Shuffle der vierten Generation war die geschrumpfte Form. Ohne eingeschalteten Lok ist es fast nicht möglich, den Shuffle irgendwo dran zu klippen. Bei früheren iPod Shuffle-Modellen hat das Gehäuse noch mehr konform diesbezüglich geboten. Der Shuffle ist auch jetzt noch bei einigen Online-Shops, aber auch offline verfügbar. Der Tod des iPod Shuffles ist angesichts seines stolzen Preises von 55 Euro für 2 GB wahrscheinlich keine schlechte Sache. Hamsterkäufe lohnen sich nur für die Leute, die wie ich auf den Formfaktor, auf die Akkulaufzeit und auf die Bedienung stehen. Der iPod ist tot, doch zumindest ich will nicht auf ihn verzichten. Weder auf meinen alten iPod Shuffle, den Backup iPod Shuffle oder den wasserdichten iPod Shuffle. Und zuletzt darum kommt auch bald ein Video. Für mehr Videos von der NerdBench abonnieren Sie uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die NerdBench.